Ja, 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 ja. Wir können dann auch, ne? Ah, er kann schon wieder. Herzlich willkommen bei für Nüsse mit Dirk und Klaus. Machen wir den ganzen Abend, die Stunde so jetzt, wenn Pimmel du ah. Wenn Pimmel du ah. Ich dachte irgendwie, dass man doch, wenn ein Zug aufsteigt und sowas sagt, wie gesagt. Gab es da nicht mal so eine Jürgen von der Lippe oder ich bringe mal Jürgen von der Lippe und Udo Lippert? Nee, wie heißt er? Es gibt von der Lippe und Lippert. Einer hat, wer denn das moderiert und der andere hat immer bunte Hemden getragen. Was trägt sie immer noch? Ich glaube von der Lippe ist der, der immer die bunten Hemden trägt. Ja. In meinem Kopf sind alle deutschen Moderatoren aus der gleichen, also in meinem Gesicht, in meinem Kopf hat er auch das gleiche verzogene Gesicht wie, ich will jetzt Dieter Hallervorn sagen, weil den meine ich gar nicht. Mike Krüger wahrscheinlich. Den meine ich auch nicht, sondern den mit dem hängenden Auge. Das ist, das, ach so. Jetzt will ich halb jung gesagt. Ja, falls ihr das jetzt hört. Instabrook und Co. Wir sind jetzt leider in einem Parallel Dieter Hallervorn. Karl Dahl. Ich habe schon gesagt, Karl Dahl, ja. Karl Dahl, der Alter aus Friese. Dirk und Klaus senden heute aus einer Paralleldimension, in der alle deutschen Moderatoren eine Person sind. Das macht es uns wirklich, wirklich schwer. Ja. Mensch, wir haben uns lange nicht gesehen. Richtig. Du hast lange Haare. Das wird jetzt wieder so eine Diskussion, wenn wir nur über Privates reden. Nein, das passiert doch nie. Für Nüsse, privat für andere. Ich wollte mir die Haare jetzt immer mal wieder ein bisschen kürzer schneiden, so ein paar Zentimeter. Ach, lustig. Und ich wollte sie mir richtig kurz schneiden. Ja. Und ich dachte, jedes Mal sehen sie halt eigentlich immer recht gut aus. Und dann denke ich halt so, scheiße, ey. Ich hoffe, das nimmst du nicht aufgrund der Reaktion der anderen, sondern dass du morgens wirst, du siehst verdammt gut aus, Junge. Ja. Mancher, stehst du einfach auf. Haare frisch gewaschen. Du weißt ja eigentlich so direkt nach dem Waschen. Nicht so, ich gucke dann direkt nach dem Waschen und den Spiegel denkt, meine Güte. Gutes Volumen. Gute Welligkeit. Also du guckst nur auf die Haare. Dann sagst du nicht, das whole Package ist geil, sondern nur die Haare. Also Haare und Penis. Hast du einen großen Spiegel. Aber in der Mitte fehlt ein Stück. Der schummelt sich nur die Haare und dann schummelt er sich so ein bisschen runter, damit es noch ein Spiegel ist. Und du siehst, wenn du reinguckst, so irgendwie auf Brusthöhe ein bisschen Eichel. Ich habe so ein Erektionsproblem. Immer beim Abrubbeln. Also abtrocknen. Ja, 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 ja. Ich wollte die ganze Zeit, wie heißt dieser schlimme Schlagersänger, der jetzt mit einer 18-jährigen Studentin zusammen ist oder sonst was. Christoph Merzelda. Nee, die waren noch jünger. Was ist das für ein Anfang hier? Können wir das alles nochmal spulen? Das sind alle sieben Themen gerade. Das ist, als wenn jemand so alle Galas hört zu, so alle jetzt versuchte in einen Satz zu bringen. Das gab es doch immer bei GameTube, die Veitzeit-Revue. Gibt es doch immer noch oder nicht. Macht er das noch? Daniel Veit, ja. Beziehungsweise ich finde eh, dass die, das lustig ist, dass die das gleiche Prinzip fahren wie wir. Dass die quasi via YouTube einen Podcast fahren. Und die dann halt teilweise reden, die ja drei Stunden am Stück. Michi heiratet jetzt. What? Ja. Seine YouTube-Dame? Ja, genau. Michael Obermeier. Mit den beiden Katzen? Ja. Ja, die sind wahrscheinlich die Trauzeugen. Mich würde ja nicht wundern, wenn Daniel schon mal verheiratet war. Daniel ist so ein bisschen ... Der hat gerade ein Kind bekommen. Ich folge dem auch. Daniel hat ein Kind bekommen? Ja. Also vermutlich ... Wie Arnold Schwarzenegger im Film? Ja, genau. Wie in Twins. Oder in Seitenstechen. Sehr guter Film mit ... Was? Mike Krüger? 80er Jahre, Seitenstechen, wo Mike Krüger träumt, dass er schwanger wird? Wusstest du, die Wissenschaft hat immer noch keine Erklärung dafür, wer Regisseur bei Seitenstechen war? Was? Es gibt doch dieses ... Ich weiß nicht, ob es nur ein Mythos ist, dass die Wissenschaft immer noch nicht weiß, was Seitenstechen ist. Ach so. Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Beziehungsweise diese ganzen Ideen ... Und wer diesen Mythos kennt, der wird jetzt diesen Witz verstanden haben. Ja. Aber kannst du mir auch erklären, warum ich immer bei dem alten Spreegebäude da Seitenstechen kriege? Egal, ob ich laufe oder gehe. Wir haben ja schon versucht, dich einfach vorbeizuschmuggeln und dass du es merkst, das hat auch nicht geklappt. Also, wie dumm habe ich mich denn da konditioniert? Was ist denn da passiert, dass ich echt ... Wenn ich da langlaufe, manchmal ... Und er fängt jedes Mal an zu sabbern. Ja, obwohl gar keine Glocke mehr, sondern ich sehe nur den Fleischtopf vor mir. Oh, das war ja auch im Spiegel, dass irgendwie so die neueste Langzeitstudie über übermäßiges Fleisch essen, weil man ja in der Woche nur irgendwie, glaube ich, 200 Gramm rotes Fleisch oder generell Fleisch in sich reindrücken sollte. Und das ist ja gut und gerne bei einem oder anderen Zuhörer da draußen. Erst Montagmorgen ist mein Frühstück. Wollte ich gerade sagen, auf der ersten Brötchenhälfte drauf. Und es gibt leider, wenn man es ins Detail geht, keine direkten Zusammenhänge. Es ging nur um Gefäßverengung und Krebs. Und da hieß es von wegen, dass das ... Nee, erhöht der Blutdruck und Krebs. Das ist halt wissenschaftlich eigentlich gar nicht so, wie es vorher so standardmäßig war. Vermutlich genauso wie der Vitamin-C-Mythos. Ja, dass das Erkältungen verhindern. Genau. Dass das halt einfach nicht wirklich widerlegt ist, dass das dem so ist. Und deswegen haben sie gesagt, pumpt euch weiter so viel Scheiße rein. Sie haben gesagt, die anderen Sachen, so Gicht-Gelenk-Probleme und so was. Wahrscheinlich auch Kreislauf-Gefäßverengung oder was. Darum ging es nicht. Aber halt nur auf dieses Krebsding. Und das fand ich ja irgendwie schon krass. Es gibt eigentlich keinen ... Es ist nicht verifiziert, dass das wirklich ... Ich glaube, es gibt doch diese ganzen Sachen, dass Vegetarier länger leben. Wo halt immer die Frage ist, ist es Kausalität? Also ist es, weil die Leute Vegetarier sind und kein Fleisch essen? Oder ist es, weil eher Leute, die ohnehin gesund leben, dazu neigen, Vegetarier zu werden? Ja. Genauso wie diese Sache mit dem ... Man lebt länger, wenn man jeden Abend ein Glas Wein trinkt. Oder sind es die Leute, die sich leisten können, jeden Abend ein gutes Glas Wein zu trinken, die einfach ohnehin einen gesünderen, bewussteren Lebensstil haben? Ja, und das hat dann ja auch was mit Genuss zu tun. Also wenn du ein Glas Wein, dann wirst du das nicht entpfiffen und wegkippen, sondern eventuell hast du dann irgendwie drei Stunden, wo du Geist, Körper und sowas runterfährst und ganz viel Stress abbaust und dann dazu den Wein genießt und plötzlich ist es ausschließlich der Wein oder so. Und du weißt halt so soziale Stressfaktoren von außen. Dein Telefon klingelt übrigens gerade. Oder klangelte. Ah, klangelte. Oder als Klüngte. Feiertag. Ja, Ost-Anrufe kommen heute. Ach nee, wir sind ja im Osten. Das heißt, jetzt kommen die West-Paket-Anrufe. Wir machen jetzt rüber. Ja, genau. Wir tunneln uns hier gerade durch. Bei Ihrem Wunschnachbarn im Westen ist ein Paket abgegeben worden. Das ist jetzt auch immer toll, wenn ich unten den Paketboden abholen muss, weil mein Du holst den Wunten selber. Ja, mein Sommer funktioniert ja nicht mehr. Wo ist mein Wunschnachbar? Ach, neulich hat UPS mich wieder hier verpasst, um ein paar Minuten angeblich. UPS. UPS. Achso. Die gibt es immer noch. Ja. Oh Gott, ich habe mir das linke so tief reingedrückt. Ah, jetzt höre ich wieder. Ich habe schon ein bisschen so, das war leicht so punktiert, das Gehirn. Das kam auf der anderen Seite schon wieder leicht durch. Ja. Ansonsten, wie war denn deine Reise? Wann haben wir denn? Wo war? Nein, Sangerhausen ist mir jetzt zum Beispiel neu. Ja, da war ja wieder Werbung. Ja, Penel, Lien. So, ja. Und ja, da mittlerweile kennt man sich ja, ne. Und ich wusste, wie das gar nicht. Ich war im Rosarium. Welt, die größte Rosenansammlung der Welt auf einem Haufen. Nicht zu verwechseln mit der größten Hosenansammlung der Welt auf einem Haufen. In der Waschmaschine der Ludolfs. Achso, ich dachte bei dir irgendwo. Ich habe gar nicht so viele Hosen, obwohl ich jetzt zwei geklaut habe. Geklaut? Von der IFA. Nein. Ich glaube, das hatten wir schon mal als Thema. Nee, du hast letztes Mal gesagt, dass du bei irgendeinem Pressekonferenz dir so ein Wassergefäß mit... Aber das andere darfst du erzählen? Ja. Zeigt ja freundlich knöchelfrei... Sind das diese tighten Dinger, oder ist das... Nee, die sind gar nicht so tight. Also ja, schon relativ... Also enger, als ich die jetzt tragen würde, aber halt so normale Chinos. Aber du kannst dich darin bewegen. Aber es ist dann schon ein bisschen der... Ich kann daran sogar tanzen. ...der Hipster-Look, oder? Weil die halt so tight da sind. Äh, ein bisschen, ja. Und warum sind deine knöchelfrei? Ich sitze die nach. Ah, jetzt steht er gerade vor mir. Ich sehe aber natürlich nicht unten, weil davor es sein... Ja, die laufen unten so ein bisschen zu, aber es geht. Meine Knöchel sind jetzt nur frei, weil ich kurze Sneakersocken anhabe und meine Knie zum Schnitzelbein ziehe. Ja. Um hier entspannt da zu sitzen. Ja, und ein bisschen machst du auch Stimmung damit. Das ist so ein bisschen wie kurz nach dem Duschen. Wenn du halt dich im Spiegel betrachtest, merkst du auch, wie geil deine Knöchel aussehen. Allerdings. Ja, leicht behaart, immer im Glanz. Einer leicht verstaucht. Oh, was passiert? Diesmal habe ich beim Klettern abgestürzt. Sehr unglücklich. Ah, bouldern. Das macht dich noch kaputt. Ich bin, ne, schön mit einem Fuß noch auf einem Fußtritt gelandet auf dem Weg nach unten. Au! Ja. Oh! Aber da hast du ja wahrscheinlich Glück, weil du ja so eine Disposition hast für ohne Ende Beweglichkeit. Wobei ich hätte nicht, normalerweise, wenn du den Fuß verstauchst, landest du ja vorne auf dem Fuß und der knickt weg. Ja. Und ich bin einmal komplett umgekippt und bin hinten mit der Ferse drauf gelandet. Und es war wirklich nur dieser Stoß. Ah, okay. Also ich bin mit der Ferse drauf gelandet und war quasi mit dem Rücken zur Wand, weil ich mich einmal so um 180 Grad gedreht habe. Aber echt so? Oder ist das ein bisschen, also ich habe gerade senkrecht zum Boden gezeigt. Ja. Ich mag, normalerweise mag ich deswegen auch die ganz senkrechten Wände nicht. Eben aus genau diesem Grund. Wenn du fällst, dann fällst du nicht einfach runter. Du fällst gerade an der Wand und meist schaffst du irgendwo noch am Tritt hängen zu bleiben. Ja, also es ist halt einfach, es ist halt mega viel unter dir. Und deswegen bin ich da echt immer so ein bisschen sehr vorsichtig bei geraden und so eingeneigten. Es gibt auch welche, wenn die so ein bisschen eingeneigt sind. Und da gehst du halt richtig viel runter, wenn es dich reißt. Das ist dann so positiv und negativ geneigt. Also dass man sagt, wenn ich runterfälle, falle ich in die Wand und wenn ich runterfälle, falle ich von der Wand. Genau, ja. Also die Slab ist die, die sich so ein bisschen nach vorne lehnt. Und die andere ist halt der Überhang. Ja, okay. Da bist du ja eigentlich wie diese klassischen, wo war das früher? Wartezimmer im Kinderbereich bei Ärzten. Dieses komische, wo kleine Murmeln an der Wand und dann klick, 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 klick. Und du dann, eigentlich so fällst du dann. Ja. So ein bisschen wie Homer Simpson, der den Berg runterfällt. Au, 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 au. Das spielt auch bei mir öfter mal der Kopf mit, wo ich so denke, ich mach's lieber nicht. Wenn ich jetzt runterfalle, dann bleib ich mit dem Kinn hängen. Ja, ich frag mich. Was machen deine Däumchen? Besser, aber auch, weil ich halt einfach mörderlang nicht mehr beim Training war, beziehungsweise das letzte Mal, als ich beim Training war, habe ich sehr gut darauf aufgepasst. Und ja, ich meine, das ist wirklich, wenn du es kurz danach hattest, diesen, aber ich merke halt, dass die immer noch sehr, also welcher war das? Ich glaube, der geht ja, der linke Daumen, der kann ja ziemlich guten Winkel und der rechte ist da im Vergleich noch. Ja, aber. Sieht so ein bisschen aus wie die eine Hand, die sich bewegen kann, wie die Hand eines Kleinkindes und die andere wie die Hand eines Rentens. Ich beschreibe das mal für unsere Zuhörer. Ja, so ist es ja im Endeffekt. So ist die Tätigkeit auch, so verteilt am Tag für die Hände. Die eine hat Spiel, die andere greift zitternd nach Tabletten. So, mehr mache ich halt nicht. Naja, aber ich habe mir halt diese ganzen Rosen angeschaut. Das ist halt eigentlich ein bisschen, ich komme ja aus Hannover und da sind die Königsgärten, die Herrenhäusergärten und das ist halt eine mördergroße Anlage. Und da ist es ähnlich, bloß nicht so kreativ. Also eigentlich sind da, naja, bei dem anderen hast du halt so Springbrunnen und einen Irrgarten und so ein Zeug und bei dem hast du halt einfach nur verschieden angelegte Beete und Rankenecken und sonst was. Das eine in Aktien, das andere in Kryptowährungen. Genau, so tausend Pflanzen, tausend Rosenarten. Übrigens, guck nicht auf den Bitcoin. Bei 7300 oder so. Ja, 7600 war uns heute Morgen. Hätten wir mal zehnmal verkauft. Schlechte Laune, ja. Hätten wir jetzt zurückkaufen können, hätten wir ein Viertel gut gemacht. Hätten wir es jedes Mal gemacht, die Scheiße, hätten wir es, glaube ich, jeder fünf Bitcoin. Mein Herz macht halt nicht lange Zeit, Alter. Ich glaube, da kann ich mir auch jeden Morgen so ein Fernfahrerbrötchen geben. Ich gucke schon gar nicht mehr, ich bin nur neulich aus Versehen auf den Tab gekommen. Also so wie der Staubsauger hier mal am Weg liegt, hat man immer das Gefühl, du hast drauf geguckt und dann bist du kurz umgefallen. Wie klassisch Hausfrauentod. So, der Staubsauger läuft noch. Ich habe mir noch die Hand an die Stirn gehalten. Mein Gatte kam mit Riechsalz um die Ecke. Ah, so gut. Das hat ja, es waren Kinder am Set und ein überdrehtes, ich würde mal sagen, ein zehnjähriger Junge. Und der hat sein Verständnis von Schauspieler halt die ganze Zeit gespielt. Das heißt, die ganze Zeit laut schreien und dramatisch immer in eine Erschöpfungs-Ohnmacht zu fallen, mit denen er sich die Hand an die Stirn. Einfach mal so und das war halt, also hast du gemerkt, dass alle am Set damit umgehen konnten. Und die Mutter dieses klassische, naja, also jetzt bin ich ja am Set, jetzt können die sich mit dem Scheiß sagen. Und dann immer schön in der Pause, gebe ihr noch eine Fritz, gebe ihr noch schönen Schoki, sonst was. Und dann war da natürlich ein bisschen auf 180 der Kollege. Ah, gut, ne? Ich hoffe, du hattest viel Interaktion mit dem. Ja, das Gute war, der war im ersten Spot und da bin ich nur am Ende zu sehen und ich hatte die ganze Zeit nichts mit dem zu tun. Aber die Crew sah so ein bisschen ausgenudelt aus. Ich weiß ja nicht, ob es am Wetter und sowas lag, da kann tausend Sachen liegen. Ja, deswegen, aber es war, also das ist krass, wenn man irgendwann diesen, sag ich jetzt mal so ein bisschen, diesen kontrollierten Wahnsinn wieder sieht und weiß ja, worauf man sich einlässt, weil man schon ein paar Mal mit denen gedreht hat, weil es ja im Zuge einer Kampagne ist. Das ist was ganz anderes, weil es halt nichts überraschend ist. Weil du merkst zum Beispiel, es gibt kein ZL oder sowas. Und dann weißt du halt, es gibt auch keine Regieassistenz, da weißt du halt, dass dieses Compartment halt tausend Dinger macht so. Und ja, tut dem Regisseur natürlich nicht gut, wenn der halt oft mal Leute zusammenschreien muss, was nicht seine Aufgabe ist. Und die anpfeift und sagt von denen, jetzt freuen die hier, zack, und ich, aber wenn jetzt keiner mehr, dann, und du denkst, das musst du eigentlich nicht machen, aber wenn du es nicht machst, dann macht es keiner. Aber es gibt halt keinen, der es eigentlich machen sollte. Ja, deswegen, also ich habe immer gemerkt, wenn ich nicht dran bin, beziehungsweise habe ich dann auch ganz, also was du dann auch irgendwann machst, wenn du merkst, dass du halt nicht an dem megaprofessionellen Zelt bist, du erfragst halt alles. Okay, Umbau, wie lange? Ja, fünf Minuten, ja, dann bin ich weg. Das ist halt, weil früher hast du dich dann immer, standst du halt immer in so einem Freeze im Licht, du wusstest es jetzt nicht. Leuchtet die jetzt ein, braucht der jetzt Milch, braucht der wegen Abstand, irgendwas, Kameramil, und dann sagt keiner was, weil du stehst ja gerade da. Und wenn du denkst, ey, 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 wir brauchen, nee, ist okay, ist okay. Das ist dann irgendwann nicht. Nee, ist okay, wir lackieren gerade die Wände über. Ja, genau. Aber geil ist auch mal, wenn du sagst, okay, wenn alles kurz davor ist und jemand meint, nee, komm, ich setze noch eine Fahne oder irgendwas und geht halt, als wurde ja wieder im Zug gedreht, geht wieder raus und schraubt und baut sowas und irgendwann fängt wild an die Scheibe zu klopfen. Nein, jetzt nicht. So ein deutliches Halsabschneidzeichen von wegen, wir drehen jetzt, hör auf, was zu machen, das Bild verändert sich durch deine Arbeit. Nichts hasse ich auch mehr, das ist auch so eine typische Angewohnheit von deutschen Beleuchtern, ständig noch irgendwas an den Shots zu machen, wenn schon gedreht wird. Ja, weil du kannst ja immer noch irgendwie ein Fädchen irgendwas spimmeln. Eigentlich hast du dann nur einen Shot, der von der Continuity herpasst. Und du kannst halt auch den gleichen Shot einfach, du kannst nicht zwei Varianten aus unterschiedlichen Takes nehmen, weil sich das Licht halt dramatisch verändert hat. Und das muss halt eigentlich, muss das halt stehen, wenn angefangen wird zu drehen. Also ich meine, die gucken ja auch durch die Kamera. Das ist halt so eine typische Unart, die hat wirklich auch alles, was die Auswahl in der Postproduktion versaut. Ja. Also das Geilste fand ich dann relativ viel Schluss, wo man dann halt echt, wo dann die Konzentration so ein bisschen flöten geht. Alles baut dann halt auf für eine der letzten Einstellungen, steht halt direkt im Zug, in der Flucht. Und dann... Fick dich, Motte, fick dich. Und dann heißt es so, von wegen, ja, pass das so. Und, oh Gott, Klaus hört nicht zu, er setzt die Kopfe ab und geht hier auf Mottenjagd. Denn Klaus hat ein Mottenproblem. Wir hatten letztes Jahr... Oh, falls ihr es gehört habt, das wäre jetzt kein Applaus, sondern Jagd nach der Motte. Wie ein, wie eine junge Welpe rennt da ihr durchs Zimmer. Okay, ich will gar nicht kurz sehen. Jetzt hat er seine Tür geklatscht. Jetzt ist er froh mit seinem frischen Leichnam im Zimmer und kann genüsslich zerkauen, was er da gefunden hat. Ich glaube, jetzt geht er sich erstmal die Pfoten waschen. Denn, ich glaube, letzten Feuerzangenbowl, ich erkläre es mal kurz, sind die ganzen, ich sag mal, Zutaten, Gewürze eingelagert bei Klaus in der Küche. Und da hat sich dann auch die ein oder andere Motte gedacht, ist ja geil. Und da gab es eine kleine Kolonie und die Freunde findet Klaus nicht so cool und die hat er gerade gejagt. Ja, ohne Katzen macht das echt viel Arbeit. Ja, ohne Katze kann hier nicht 320 hochspringen. Muss auch hochwerfen, die Katze. Ja, aber auch so eine Motte liebt ja die Gefahr, mal im Boden näher hier rumzulungern. So eine Helikoptermotte, so ein bisschen Airwolf-Style. Das fliegt in den Augen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, zum Schluss landete ich in der Flucht, bla, und dann hieß es von wegen, passt das so? Und dann meinte dann, Chef von der Agentur, glaube ich, war das, ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Man sieht ja den ganzen Zug und die Scheiben, man sieht ja, dass der Zug steht. Dann muss er aber fahren. Und dann, also wie, ja, wenn der jetzt spricht, der soll fahren. Ja, dann können wir das nachher, nee, jetzt hier kein CGI, irgendwas reingebastelt, sowas, das ist blöd. Dann gehen wir näher ran. Und dann geht es näher ran und dann, ja, aber ist ja doof, jetzt sieht man ja auch nicht irgendwas richtig vom Zug. Man sagt, mach mal so, wir gehen näher ran, kommen Zuggeräusche und dann ist er am Fahren. Naja, weiß nicht. Und dann, das Dumme ist, die Gespräche fanden dann halt öffentlich in mehr oder weniger Arsch. Und dann geht dieses Department natürlich darauf ein und dann hat der Lichttyp irgendeine Idee, ich könnte ja hier ein bisschen Reflexion, irgendwas wackeln. Oh Gott, ja, 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 ja. Und dann ist dann irgendwer natürlich, wir sagen, stopp, 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 nicht alle durcheinander. Was machen wir jetzt? Reicht es, wenn wir nah rangehen und da kriegt einfach nur Geräusche und jeder weiß, der ist im Zug? Ja, okay, machen wir so, bumm, wir haben jetzt kein, sowas. Aber das ist halt so krass, weil da ist keine Position, die genau das macht, sondern irgendwer entscheidet jetzt, ich mach das so. Und das ist halt so krass. Du sitzt halt dabei und weißt, okay, jetzt ist echt wichtig auch, dass viele mal die Klappe halten, weil viele auch Ideen haben, weil viele denken, wenn ich jetzt was mache, dann geht es schneller voran. Ja, war wild, aufregend. Wie wäre es, wenn ich mich verkleide wie ein Baum und an der Scheibe vorbeirenne? Das ist gar nicht mal so komisch. Bei einem Dings war es halt so, dass der Zug gerade einfahren sollte, dieses Tanzding, wo ich getanzt habe und die, ich glaube, das sieht man aber nicht, weil sie es rausgenommen haben. Aber da war es halt so, dass die Familie am Fenster saß, beziehungsweise Vater, glaube ich, sah am Fenster und sollte schauen. Und da hatten sie wirklich auf so ein Holzbrettchen relativ schnell so zwei Äste gesägt und das hat an der Kurbel immer so gedreht. Und dann draußen mit, also draußen hat jemand gedreht und drin hat jemand mit Fingerkreisbewegungen gezeigt von, wie schnell er denn drehen soll, damit er zeigt von, jetzt fährt der Zug langsam ein. Und lustig war, wenn er echt dann so langsame Bewegungen hat und draußen hat jemand und schaut halt nicht ins Fenster rein. Drinnen wurde aber schon gespielt, komm, wir gehen. Und draußen hast du gedacht, nee, die können doch nicht rausgehen, der Zug heizt ja noch voll. Man sieht den Baum da vorbeifliegen, da habe ich gedacht, aber eigentlich für eine Idee fand ich es ganz geil, als sie da dieses Rädchen mit den zwei Bäumen hatten und am Drehen. Das waren so die Anfänge. Glauben machen, nicht Wissen, sondern einfach mal, ja. Ja, aber soll ich mal zum Thema kommen? Bitte, ich hoffe, es hat was mit dem einzigen zu tun, mit dem ich mich in der letzten Woche beschäftigt habe, Untitled Goose Game. Was ist das denn? Ein Videospiel, in dem man eine Gans spielt, die ein Dorf terrorisiert. Klaus, ey, was ist denn bei dir los? Das sind Leute, die in dem Dorf einfach nur ihr Leben leben wollen und du machst ihnen das Leben zur Hölle als Gans. Ich habe eh eine Frage. Mir ist letztens ein Video gezeigt worden und da habe ich es selber entdeckt. Kannst du es auch unkommentiert lassen. Ja. Aber meines Erachtens hast du auf einem, was war das, auf einem Drachen oder also ich glaube, deine Freundin war in einem Drachenkostüm und du warst in irgendeinem Harry Potter Kostüm gefangen und hast irgendwelche Befehle gegeben, als wenn sie mit dem Drachen wegfliegen würde. Und du sahst ziemlich durchgeknallt aus, aber gleichzeitig sehr glücklich. Mit einem Harry Potter Kostüm? Oder Voldemort oder sowas? Oder war das Herr der Ringe? Nein, das war Daenerys Targaryen. Das Kostüm, das ich anhatte. Also habe ich das. Ja. Es war, wir haben ja ein Video gemacht, weil im Englischen haben ja alle Leute so schöne Dialekte bei Game of Thrones und auch so regional unterschiedlich. Ach stimmt, du hast Sächsisch probiert. Genau, weil Daenerys Targaryen ja aus dem fernen Osten kommt. So. Ne? Sächsisch hat allein, glaube ich, 80 verschiedene Dialekte. Ich dachte, Einwohner. Uh, verschiedene meinst du? Ja. Ja, aber seitdem habe ich mir vorgestellt, dass du sehr oft in Kostümen steckst. Und als du jetzt angefangen hast mit diesem Goose-Ding, habe ich gedacht, du spielst das bestimmt nicht in der Jogginghose. Ah, im Gänsekostüm. So. Es ist wirklich, du hast auch einen Knopf, mit dem du nur dieses Gänsegeräusch machen kannst. Ja, es ist ein Knopf, der nur dafür da ist. Und das Geräusch hat noch ein bisschen Sinn im Spiel, weil du die Leute so auf dich aufmerksam machen kannst. Bist du überdimensional große Gans, so Godzilla-mäßig? Nein, du bist nur eine Gans. Du bist nur eine normale Gans. Und du läufst nicht Gefahr, dass du nach 10 Sekunden geköpft wirst? Nein, du wirst dann weggescheucht und dann rennst du halt panisch weg und dann schleichst du dich von der anderen Seite wieder an. Wir sind auch so, also es ist halt so unschuldig. Du schwimmst halt an. Du schwimmst an? Du kommst über den See. Und dann ist halt so ein Teich und dann schwimmst du rüber. Und dann gibt es so einen Gärtner und du hast halt so eine Aufgabenliste. Geh in den Garten. Und dann musst du halt draußen die Sprinkleranlage anmachen. Dann wird er nass und dann muss er raus und den Rasensprenger wieder ausschalten. Und in der Zeit kannst du rein. Genau, das ist deine Chance in den Garten zu gehen. Dann kannst du eben die Marmelade vom Tisch nehmen und verstecken. Verstecken? Wie versteckt denn eine Gans? Du musst ja alles mit dem Schnabel im Kopf machen. Genau, du nimmst es mit dem Schnabel, schleichst dich dann weg und wirfst die... Also klemmst so eine A... Ja. Was ist das Ziel des Ganzen, dass dieses Dorf wahnsinnig macht? Ja, das Dorf zu terrorisieren, im Pub Chaos zu stiften, dafür zu sorgen, dass ein alter Mann auf den Hintern fällt, dafür zu sorgen, dass der Pappbesitzer einen Eimer auf dem Kopf hat, das Bierfass zum Auslaufen zu bringen. Wer kommt denn da auf sowas? Ein paar Australier tatsächlich. Aber Farmer oder so? Es spielt in so einem süßen englischen Dorf. Ich weiß nicht, was die machen. Das ist schon professionell. Wie heißt das nochmal? Untitled Goose? Untitled Goose Game. Wieso untitled? Ich weiß nicht, das war mal der Arbeitstitel, aber es passt eigentlich ganz gut dazu. Das ist einfach nur dieses... Und diese Gans ist auch so... Das ist doch ein Spiel, was die bei GameTube spielen müssen, oder? Ja, das ist predestined für GameTube eigentlich. Die hatten ja sowas ähnliches mal mit einer Ziege. Ah stimmt, der Ziegensimulator. Ja, untitled Goose Game sieht halt viel schöner aus. Also es hat wirklich einen schönen Arzt-Team. Und die Ziege, äh, die Ziege. Die Gans ist halt so toll animiert. Du siehst ihr diese boshafte Dummheit einfach an. Also wirklich dieses... Wie sie guckt, hat immer so ihren Lern... Was für eine Gans ist es denn? Eine normale weiße Gans. Also ich... Du hast die Gattung von Gans auch voll verstanden. Eine Weihnachtsgans. Eine normale Gans und die weiße Gans. Eine weiße Gans. Okay. Kann ja auch eine Graugans sein zum Beispiel. Nee, ist eine normale, schöne, weiße Gans. Graugänse sind auch nicht unnormal. Ja, gut. Kommen wir zur Frage. Ja. Ob man so in der Zeit ausgeht. Meine Frage ist... Ja. Fast dicht dran an diesem ganzen Thema, was du jetzt gerade angeschrieben hast. Meine Frage ist, wie wird man ein Profigolfer? Profigolfer? Gut, da sind wir ja auch die richtigen Ansprechpartner. Ja, also das ist präsentiert, ne? Also ich sage mal, gut ist es schon, wenn man mit zwei Millionen auf dem Konto geboren wird. Und... Okay, also die Basis ist Geld. Das ist... Ich glaube, es ist gar nicht so sehr die absolute Notwendigkeit. Aber du kommst halt als Kind nicht auf die Idee, Golf zu spielen ansonsten. Ich kenne einen Golf... Mittlerweile etablierten Golflehrer aus Hannover. Golf 7. Der, also überein, der halt auch nicht Klaus heißt, aber mit dem habe ich damals gelernt. Und der kam aus nicht reichem Hause und hat halt immer während der Schulzeit schon als Caddy auf dem Golfplatz gearbeitet. Und findet das Spiel halt einfach total geil. Und hat dann irgendwann Lehrer gemacht und sowas. Und ja, liebt halt einfach seine... Das anderen beizubringen. Hat dann aber natürlich auch mit einem bestimmten Klientel zu tun, wo ich auch dachte. Ich habe dann auch mal später jetzt, irgendwie weiß ich nicht, 10, 15 Jahre später, hat mir dann halt den Österhofer Link geschickt oder ich habe den gegoogelt oder sowas. Und da hat er so ein YouTube-Video oder beziehungsweise Kanal, wo er da immer den richtigen Schwung und den richtigen Blar. Und das ist das ganze Outfit, wie er spricht und so, merkst du, der ist halt nur in dieser Liga mittlerweile unterwegs. Ah, willkommen hier bei der Golfstunde auf YouTube. Heute erklären wir den Abschlag mit dem Dreier-Eisen. Das ist so ganz wichtig. Eigentlich relativ normal, aber halt, was dann... Also wo du merkst, wo der Fokus dann liegt. Damit ihr auch auf jeden Fall einen richtig guten Swing beim nächsten Mal auf dem Platz präsentieren könnt. Ja. Klar, für manche, also wenn du so ertränkt bist in Geld und Golf dann vielleicht so eine Herausforderung bringt, so dieses Klassische, dass du... Das ist ja so schade, in Deutschland ist ja Golf auch sehr, ja, sehr, sehr elitär so aufgezogen. Wenn ich das halt in Großbritannien sehe, ist das ja halt auch so ein Volkssport wie Fußball, das halt auch irgendwie der klemmt in einer Pause einfach mal ein paar... Was ja auch ein elitären Sport war. Fußball? Ja. Ja, okay, in dem Sinne... Nee, Fußball war früher, war das der Elitensport und die armen Leute haben geturnt. Ja, okay. Also wirklich zu der Frühzeit, Ende des 19. Jahrhunderts. Aber ich glaube, du hast halt einfach... Also meine Schule hatte halt auch, die lag ja auch in so einem Nobelfiertel in Berlin und die hatte auch eine Golf-AG. Eine Golf-AG? Aber ich wäre halt im Leben nicht auf die Idee gekommen, da zu golfen in der Schule als AG. Bei uns gab es Nähen und Diskuswerben als AG. Mittwoch länger nach der Schule bleiben, um zu golfen. Ja, aber ich meine, der eine oder andere, der nicht doof war oder von seinen Eltern getriezt, der hat da bestimmt schon die ersten Verbindungen geschaffen. Die 10C golft heute gegen... Gegen... Vergiss nicht, hier repräsentiert unser Haus. Die Kwan im Borchert. Also du meinst, die Basis ist halt erstmal, dass du aus so einem Haus kommst, wo Golf... Das erhöht deine Chancen auf jeden Fall. Also ich denke mir halt auch die, die nicht aus reichem Hause, das ist wahrscheinlich unter 10 Prozent in Deutschland, die halt dann beruflich irgendwas mit Golf zu tun haben. Und wie bei allen Sportarten, wenn du Profi werden willst, je früher du anfängst, desto höher ist deine Chance, dass es für dich passiert. Also du kannst ja auch nicht mit... Wenn du mit acht Fußballspielen anfängst, wirst du nicht mehr Profi. Echt? Definitiv nicht. Okay. Zu spät. Also die... Und das ist halt acht. So wie mit Klavier, da sollte man mit drei beginnen, ne? Ja. Also ich meine, weil das... Ich meine, das holst du halt nicht mehr auf. Es gibt halt so Indie-Sportarten, die so ein bisschen... Einfach ein bisschen unbeliebter sind. Da kannst du es, glaube ich, noch machen. Also da kannst du halt später anfangen als Kind. Hacky-Sack. Nee, aber auch Klettern zum Beispiel. Oder... Ja, aber du bist ja kein Profi. Hm? Ja, okay, als Kind. Ja, okay. Nein, also ich meine, genau, du kannst als Kind später anfangen. Wenn du da mit zehn anfängst, glaube ich, reicht das noch. Ja. Was die Bewegungsabläufe angeht, wobei das halt auch schwieriger wird. Aber ich meine, sowas... Aber Golfen... Also wenn du da nicht mit... Wahrscheinlich auch mit zehn oder so anfängst. Aber ich meine, du kommst ja da mit zehn selten alleine auf die Idee, golfen zu gehen. Also genau... Also das ist ja halt auch, wenn du echt frei... Also ich habe so gedacht, wenn der Weg frei ist, wenn du jetzt nicht getriezt wirst von Familie oder sonst was, ist das halt sehr, sehr schwer, weil als... Also wenn du halt Kind bist, dann formt dich auch sehr viel dein soziales Umfeld. Wenn du in einer normalen Schule bist, in Anführungszeichen, dann hast du vielleicht nicht um dich herum so viele, die dieses Interesse haben, sondern dann geht es halt um, keine Ahnung, wie heißt das nochmal, Joko, TikTok, irgendwas so und du musst halt die ganze Zeit tausend Videos bla und... Und es gibt ja derzeit auch keinen berühmten deutschen Golfer. Also ich meine in der Szene... Wahrscheinlich, aber es ist halt nicht so, du hast ja immer mal, es gab ja diese Tennis-Hochzeiten, wo dann Bäcker und Stich irgendwie so groß waren und da wurde plötzlich jeder zweite Junge im Tennisverein angemeldet. Echt? Hattet ihr das so? Ja. Ich kannte... Okay. Aber total krass, ich auch fast. Ich bin fast angemeldet mit Wimbledon. Aber dann war es so 60 Mark im Monat. Was meinst du, wie Maga denn da zum Tennis gekommen ist? Hast du das mal gehört? Ich meine, der ist ja auch kein Junge vom Tennis-Typ. Nee, aber das ist mein Jahrgang, oder? Ungefähr? Ja. Und das war wahrscheinlich wirklich die Zeit. Boris Becker ist gerade groß im Tennis. Überall ist Tennis in den Sportnachrichten. Ja. Und dann kommt... Also ich meine, die Tennisvereine machen das ja dann auch und sagen dann halt auch, naja, aber kommt, meldet euch hier bei uns an. Vielleicht wird euer Sohn der nächste Boris Becker oder stellt sich als sexy Tennislehrer hinter 40-jährige Hausfrauen. Na, bei mir hat es irgendwie eher funktioniert durch die Karate-Kit- und Karate-Tiger-Welle, die damals halt Ende der 80er voll durchgebrannt ist. Und dann sind ja wirklich klischeehafterweise Dojos hochgeploppt wie sonst was so. klar, aber ich meine, das gibt es ja bei Golf gerade nicht. Ja, genau, das war ich ja auch. Also das war halt bei mir die Wahl, entweder Judo oder Tennis. Okay. Und dann war es halt bei Judo so, ja, aber da kann er noch den Anzug seines Cousins anziehen, da müssen wir keinen Anzug kaufen. Ich habe auch gebrauchten und das war so mörderhart, wenn du halt dann so mit zarten Kinderpfoten und die Dinger sind ja wirklich, dass du da dann rumreiben kannst und rumreißen kannst mit 120 Kilo, ohne dass es den kaputt geht. Und da ist es, wenn du dann mit der zarten Pfote mal rein denkst, au! Da hast du gleich so einen wunden Klumpen als Kind. Ja. Und da ging es nur um Raufen. Also ich habe, glaube ich, die ersten zwei Jahre nur einen Bodenkampf da gemacht und ich maximal wusste ich, wie man fällt oder so. Das Lustige, das ist ja, im Wettkampf stärkst du die Anzüge eigentlich noch. Also, dass die bewusst flächend sind? Dass sie schlechter zu greifen sind. Ach so. Aber stärken ist, dass die dann auch fest werden. Ja, genau. Richtig fest. Und dann hast du halt nicht mehr dieses, wenn der weich ist, also wenn du als Kind oder generell, du wäschst den ja meistens nicht nach jedem Training, sondern halt irgendwie gerade, wenn du zwei-, dreimal die Woche Training hast, am Ende der Woche. Und du merkst halt richtig, wie er, wenn er nicht frisch gewaschen ist und schon zwei-, dreimal mit Schweiß getränkt, wie er viel besser zu greifen ist und du versuchst das halt im Wettkampf zu verhindern. Ja. Nehmt den halt richtig steifen Anzug hast, der halt richtig steifen. Ja, Klaus klemmt sich in einer dummen Witze mal fünf Minuten. Genau. Und das, ja, aber ich meine, und Tennis war halt einfach zu teuer im Verein. Damals. Also, das waren halt 60 Mark. Hast du, hast du denn, hast du selber gewählt oder wurde für dich entschieden, weil Judo halt einfach alles wurde entschieden? Okay. Weil ich weiß, ich glaube, bei mir war es halt so, ich wollte Karate, wurde aber dann halt auf Judo getrimmt, weil meine Mutter meinte von dem, ja, weniger Verletzungen und das andere ist, weil sie hatte damals als Jugendliche selber Karate gemacht, wusste es halt sehr viel Schlag und Tritt war und dachte, oh Gott, Verletzung, bla bla, ich kenne das und Judo ist halt Würfe und so und da ist vielleicht, obwohl ich gedacht habe, also im Nachhinein, weißt du, dass ich bei Judo auch mördermäßig verletzen kann. Also, was da halt auch irgendwie da die an Knöchel und Gelenke da hat. Für Kinder ist es aber, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass du halt wirklich immer nur Partnerübungen hast und immer mit jemandem dabei bist, um halt so soziale Berührungshemmungen und sowas abzubauen. Aber ich habe gemerkt, ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich habe zum Beispiel, also als dann Kindertraining war, war dann hinten manchmal vorbereitet zu irgendwelchen Prüfungen oder sowas, dann habe ich die Erwachsen gesehen und die hatten wirklich dann einen Angriff mit Tritt oder Angriff mit Schlag oder sonst was im Judo und das hatten wir halt nie. Und ich war immer total neidisch, habe gesagt, das will ich machen. So, nee, wir machen jetzt hier Bodenkampf und weiter. Und dann hat man immer gedacht, nee, ich will das nicht. So, ich will das machen. Und dann war es das für mich, weil ich dann einfach fand es zu dumm, zu langweilig, dann halt immer da mich so abzurollen. Und dann wurdest du Mario World Pro Player. So, genau. Und ich habe glaube ich lange dann gar nichts gemacht. Ja, und dann später habe ich dann, er war ja aber schon Teenager, habe ich dann gerade angefangen. Aber ich meine, das ist halt, wie gesagt, im Golfen fehlt das halt gerade. Ja. Also das macht es schon mal schwieriger für alle, die jetzt, weil ich meine dann. Und Tiger Woods ist ein Reicher, also wurde reich geboren. Weiß ich gar nicht. Das weiß ich bei ihm nicht, aber ich glaube, der hatte total viele, schwarze Amerikaner dazu gebracht, auch mal Golfen auszuprobieren. Okay. Weil das ist halt einfach, ist einfach ganz klassisch ein weißer Sport. Ja. Weil es auch ein reiches Sport ist. Und, ich meine so bis in die, was, 50er, 60er wahrscheinlich durften Schwarze vermutlich nicht spielen. Und danach war es dann auch so, auf dem Papier durften sie, aber wahrscheinlich kamst du nicht in den Country Club, wo gespielt wurde. Und, also wenn du dann halt so einen Athleten wie Tiger Woods hast, der hat einfach diesen prominenten Status, das hast, dann ziehst du halt einfach neue Leute zum Golfplatz. Auch Kids, die es halt sonst nie gemacht hätten. Und, ja, aber so ein deutscher Tiger Woods oder irgendwie auch generell nur so eine Figur wie Tiger Woods wieder, dass du halt so einen Ausnahmeathleten hast weltweit, gibt es meiner Ansicht nach jetzt auch nicht. Also mir fällt jetzt ad hoc keiner ein. Und das muss ja dann wirklich in den Mainstream kommen. Also das nur unter Golfern zu wissen reicht halt nicht. Genau, das ist es ja. Also jetzt, ich denke mal, im Golfbereich gibt es halt schon die Koryphäen, die halt gehalten werden. also mir fällt halt außer Tiger Woods und diesem deutschen, wie heißt der, Georg Lang oder so? Also ich weiß, damals zum Beispiel war halt auf jeden Fall so ein, so ein, so ein, glaube ich, so ein Wunderkind, so ein deutscher Dingsmal bei Stefan Raab. So und deswegen hatte ich den irgendwie mal gesehen, weil er halt dann irgendwie gesprochen hat über so Abschlag und hatte so einen Simulator da und hat Stefan halt dann mal geschlagen, weil er immer einen Ehrgeiz hatte, alles zu probieren und der hat das dann ganz gut hingekriegt und der hat der Junge halt einfach locker geschlagen und hat dann halt einfach so eine Mördergeschwindigkeit drauf gehabt, wo dann, dachte ich, okay, krass. Aber ich meine, auch das reicht ja nicht, es reicht ja nicht, mega gut zu sein. Ich meine, du könntest jeden Drittliga-Fußballer irgendwo ins Sportstudio stellen und der soll den Ball hundertmal auf den Fuß tippen lassen und wahrscheinlich könnte jeder, würde ich jetzt mal sagen, jeder Spieler in der dritten Liga könnte das wahrscheinlich und also das reicht halt einfach nicht, wirklich gut zu sein, sondern du musst halt wirklich dann ein Ausnahmeathlet sein, um dich halt in den großen Cups durchzusetzen und vor allem, wenn die halt nicht irgendwie öffentlich im Fernsehen sind oder halt nicht, ja, nicht in der Zeitung sind. Ja, schön, ich habe gerade mal geschaut. Ja, ist gut. Ich meine, aber selbst wenn jetzt ein Deutscher den World Cup gewinnen würde beim Golf, wäre das wahrscheinlich in der Zeitung nicht auf der Titelseite. Also es ist grundlegend erstmal, man muss so ein bisschen aus diesem, oder begünstigt. Ja, um früh genug anzufangen. Und dann muss man mit Sicherheit auch, um Profi zu werden, wie in allen Profis, gewissen Druck von außen kriegen, weil ich glaube, Kinder haben halt grundlegend, also die wenigsten Kinder haben halt einen Fokus auf eine Sache, sondern eine unheimliche Neugier auf vieles. So, und dann ist das schon mal schön, aber es ist dann auch genauso cool, halt mit dem Holzschwert Pirat zu spielen und da muss man nicht jeden Tag golfen. und das ist halt Oder Fortnite Pro-Player zu werden. Ja, sollte man schon. Die ist, glaube ich, bei Fortnite besser als als Profi-Golfer. Als Profi-Golfer. Jetzt hatten sie auch erst vor kurzem, oder? In New York die erste Fortnite-WM. Und was war da Siegesding irgendwie eins oder elf Millionen Dollar? Ein paar Millionen, glaube ich. Das war auf jeden Fall höchste, das war es jetzt vorher noch nicht, aber habe ich auch gedacht, was ich ja schon mal gemeint habe, das ist halt total schwierig, weil früher gab es immer das Argument der Eltern, hör mal auf, wirst du blöde, das bringt doch nichts. Und jetzt ist es halt so schwer, das zu sagen, als Eltern teilen, wenn du sagst, Alter, Entschuldigung, ich kann dir eine Liste geben von dummen YouTube-Stars und dummen E-Sports. Das gab es ja damals, also wir sind ja nicht groß geworden mit dem Begriff E-Sport. Mittlerweile gibt es diesen Begriff, das bedeutet halt, wenn einfach Kinder sich da totspielen bei irgendwelchen Spielen. Ja, und halt auch organisiert mit einer Bundesliga etc. Genau, und dann haben die halt auch einfach krasse Sponsorenverträge. Da ist dann ein Monster, wo du dann jeden Tag deinen Hektoliter Monster trinkst, sonst kommst du ja nicht klar und sonst Zuckerscheiß so und es gibt mittlerweile Ernährung konzentriert auf E-Sport. Also das ist halt auch geil, dass die halt sagen, ja, wir packen den gleichen Scheiß rein, nennen das aber E-Sport Power Drink oder sowas. Wobei das, da ist die Sache ja auch. Also ich meine, auch da reicht es halt nicht, wirklich gut zu sein. Ja. Also da musst du ja auch, ja, natürlich kannst du halt in der Weltspitze damit Geld verdienen. Ja. Aber wenn du halt nur irgendwie jedes dritte Battlefield Match gewinnst, reicht es halt nicht. Das Krasse ist, ich finde, wenn man mal das sich anschaut, dann ist es auch gar kein Spaß mehr. Also ich weiß damals, während der Civis, passt sehr gut, während der Civis, hat Rainer total viel Counter-Strike in irgendwelchen Gruppierungen, die teilweise richtig professionell waren, unterwegs gespielt. Clowns. Clowns, sagen wir in der E-Sport-Szene. Und der hat halt jeden Tag trainieren müssen, in Anführungszeichen. Und dann hast du halt gesehen und dann waren die halt so krass und ich habe gesagt, das macht gar keinen Spaß. Wie schnell der über die Tasten wedeln musste und du konntest nichts sehen. Das war immer so ein Headshot-Geballer. Erinnerst du dich noch an Jan, der von uns Fotos gemacht hat? Der allererste, der die geilen, ja. Der die schnellen Hardbilder gemacht hat, was unser Cover-Shot ist. Ja. By the way. Der hat irgendwie mit Freunden so ein Online-Zweiter-Weltkrieg-Flugspiel gespielt. Ja. Und die haben irgendwie vor den, also vor den eigentlichen Luftkämpfen, haben sie halt so einen Formationsflug und so geübt. Und das ist halt auch, natürlich machst du damit kein Geld. Ich meine, es ist halt zeitintensiv. Ja. Naja, manche machen damit Geld und das ist nicht schlecht. Ja, aber ich meine, das ist halt die Ausnahmen. Es ist halt ein Spiel, Fortnite. Es gibt so ein paar, die so ein bisschen Geld machen. Starcraft, Dota, League of Legends. Aber das ist Fortnite immer noch so burnt, Alter. Das ist schon so alt, oder? So burnt, krasse Formulierung. Dude. Ja. Fortnite, das hat auch echt, also ich finde es auch echt nicht gut. Es ist halt so ein ganz. Du hast es ja auch gekauft, oder nicht? Das ist umsonst. Achso. Dirk, geh mir doch zu, das ist umsonst, du Trottel. Jetzt klatsch ich dich wie eine Motte. Nee, es ist ja so ein typischer, einer dieser typischen Tricks, das Spiel ist umsonst, dann kannst du halt für zwei Millionen Euro Hüte kaufen. Aber, also Fortnite ist, wenn du es spielst, du hast halt nie das Gefühl, dass es ein wirklich gutes Spiel ist. Also es ist nicht gut zu kontrollieren, es ist nicht gut zu steuern, nichts fühlt sich halt so richtig. Aufgebaut ist es auch gebastelt, wie so ein Servergame, oder? Also diese Online-Games, die du gar nicht. Ja, genau. Das zum Beispiel, du kannst ja nicht mehr das Spiel üben. Also das ist ja auch so ein typischer Mechanismus davon, dass es halt einfach versucht, dich ewig in den Sog zu ziehen. Und es ist halt einfach, also es gibt so, dieser Dan Olsen, der das Video dazu gemacht hat, ach, der zeigt irgendwo rein, ich finde, das ist eine Motte. Ja, am Staubsauger. Und der meint halt auch, es gibt halt mehrere Fahrzeuge, ein Snowboard, so eine durchsichtige Kugel, in der du bist, es gibt so ein Geländefahrzeug, so ein Quad, und halt immer mal wieder andere Fahrzeuge. Und jedes steuert sich anders. Es ist halt nie gleich, wo die Beschleunigung ist, wo die Bremse ist, was die Funktionen sind, und das würde halt einfach in einem gut programmierten Spiel nicht passieren. Aber es ist ja eigentlich real, dass Fahrzeuge unterschiedlich fahren. Ja, aber trotzdem ist das Gas jedes Mal auf derselben Taste. Ach so. Ach so, okay. dass da halt nicht, bei dem einen das A beschleunigen, bei dem anderen das der Trigger beschleunigen. Und das, also wenn du das Spiel öffnest, wenn, genau, also du machst das Spiel auf, Dirk lacht, weil ich mitten im Satz normal weiterrede. Ich hab's ein bisschen erschrocken. Völlig zu Recht. Du machst das Spiel auf, bekommst den Titelbildschirm, musst eine Taste drücken. Dann bekommst du erstmal die neuen Angebote aus dem Shop, musst eine Taste drücken, aber eine andere als die davor. Und dann, um aus der Lobby ins Spiel zu gehen, musst du eine dritte Taste drücken. Das ist die Lobby. Die Lobby ist dein Ladebildschirm quasi. Das ist international für Lobby. Ja. Du hast gelernt, ich wusste es nicht. Nee, nein, die Lobby ist da, wo du in Online-Spielen auf den Server wartest. Und du musst halt drei Tasten drücken, um drei verschiedene Dinge zu bestätigen. Und das würde in einem guten Spiel nicht passieren. Du würdest halt immer dieselbe Taste drücken. Und es ist halt nur, damit du auf allen Sachen hängen bleibst und möglichst dazu ermutigt wirst, nochmal irgendeinen Scheiß zu kaufen mit den V-Bucks. Was machst du denn da gerade? Der Anzeiger folgt der Aufnahme nicht mehr. Verdummt. Weil nichts passiert ist hier in der Aufnahme. Ja, naja. Gut. Zurück zum Thema. Golf, golf, golf. Profi. Ja. Profi. Profi. Ja. Meinst du, es ist gut, was ich immer gefährlich finde, bei allen Sachen, wo die Kinder so reingetreten werden, wenn das der, wenn das der, wenn das die Eltern übernehmen? Oder sollte das so eine weitere... Du meinst, wenn die Eltern sich als ihr Kind verkleiden und selber bei den Turnieren spielen? Bringt auf jeden Fall einen Größenvorteil. Ich meine... Das ist für den Hebel am Driver gar nicht so unerheblich. Ah, das habe ich so vermisst. Dieses Satz aussprechen nicht dürfen. Dass die Trainer so eine Elternfunktion übernehmen und dann quasi eine andere Hassposition annehmen und die Kinder sich dennoch bei den Eltern wieder ausholen können, wie scheiß das Training ist. Oder wäre es besser, wenn das die eine Person sind und sie einfach alles hassen, bis sie 27 sind? Ich glaube, es ist nicht besonders hilfreich, wenn der Vater oder die Mutter die Trainer sind. Und die Frage ist auch gerade... Mir fällt kein Sportler ein, bei dem das der Fall war irgendwie. Die aufploppt, ob man Golf als Kind in einer Gruppe trainiert. So von wegen halten, schwingen, warm machen, keine Ahnung. Also wir haben das ja selber mal, also nur Abschläge gemacht. Und ich habe gedacht... Würde ich sagen, ja. Also ich meine, Einzeltraining ist, glaube ich... Ich glaube, da fehlt dir als Kind auch einfach die Konzentration für. Das ist halt auch die Scheiße. Also Kinder generell auf eine Sache, Trim bringt ja nichts, wenn du sagst, ja mach das jetzt einfach, sondern die halt irgendwie zu kriegen und zwar nicht mit Gewalt oder Zucker. Ja, das ist halt auch für Kinder, das ist ein Scheißsport. Also jeder macht... Aber es gibt ja Profis und die müssen ja entweder durch die Hölle gegangen sein oder haben tatsächlich ein bisschen. Stell dir vor, du bist acht. Du bist mit fünf anderen Leuten da. Jeder macht seinen Abschlag und du machst deinen als erstes und dann wartest du jetzt erst mal fünf Minuten. Zieh ich die Hose aus, reib meinen Kopf im Dreck, sowas. Dann geht ihr alle zum ersten Ball vom Tee aus. Da habe ich schon keine Hose mehr an. Der nächste ist ein Abschlag. So, dann geht ihr und sucht den zweiten Ball und es zieht sich und zieht sich und das ist ein Loch. Das ist ein Loch und du hast ständig, hast du nur so Downtime, wo du nichts machst. Ich glaube, bei Kindern trainierst du halt immer maximal an drei Löchern, oder? Oder du machst nur Putten oder so ein Zeug. Ja, wahrscheinlich. Aber ich meine, auch dann musst du halt irgendwann mal ein konsistentes Spiel spielen, damit die halt das Gefühl für die verschiedenen Schläger bekommen. Das Krasse ist, es gibt ja halt schon Kinder Cups und so. Ja. Und da habe ich halt auch gedacht, und Golf ist halt einfach so ein Sport, wo Geld auch drin ist, ob das dann halt auch mit einer gewissen Prämie oder ob die sagen, okay, wir passen ein bisschen auf, das ist zwar der BMW Kinder Cup, aber hier gibt es halt nicht 250.000 Euro zu gewinnen. Ich glaube, ein bisschen Geld gibt es dann wahrscheinlich schon und so Sachpreise für die Kids. Ich muss gerade sagen, wenn du sowas sagst von wegen, ey, hier gibt es ein doppelten, keine Ahnung, Wochenende im Heidepark, ist ja was anderes, als wenn es heißt von wegen, ey, wir machen deinem Vater die Felgen klar oder so und so. Mach das für die Felgen, du Peller! Und die Eltern von den Kindern, die das Spiel nicht gewinnen, denen zerhauen wir die Felgen. Aber wenn ich daran denke, ich war früher gerne mal, also ich habe es selber nicht gespielt, deswegen, ich glaube, mein Stiefvater hat Fußball gespielt und dann haben nebenbei, wenn die am Sonntag gespielt haben, halt auf dem anderen Platz auch die Kinder gespielt. Alter, die Eltern am Rand. Ja, ja, klar. Wie die die Kinder, aber nicht halt irgendwie von wegen so Tipps oder sowas. Aber ich habe gedacht, das fand ich so gruselig. Das ist auch für die Trainer ein Albtraum, wenn die Eltern am Rand stehen und gute Tipps rein schreien. Komm, nimm ihn! Der kann nix! Der kann nix! Ja. Malte, lauf jetzt, du fetter Schwein! So denkst du, Alter. Also das ist wirklich, aber ich meine auch da, nicht grundlos spielen Kinder halt nicht auf dem vollen Feld. Weil es halt langweilig ist auf dem vollen Feld für Kids, weil halt einfach fünf Minuten nichts passiert. Ja, die haben auch krasse Distanzen da. Also ich meine prozedural, das ist ein monstergroßes Ding. Ja, aber auch, selbst auf dem Halbfeld ist halt, wenn du da irgendwie jung bist, dann stehst du halt fünf Minuten rum als linker Verteidiger, weil der Ball rechts vorne ist. Ja. Und dann wird da halt rumgedeilt und du hast nix zu tun. Ja. Und du sagst ja auch so, gerne mal zu Bundesliga spielen, ja toll, jetzt stehen sie alle wie die F-Jugend, alle gehen auf den Ball. Weil das halt einfach so der typische Kindereffekt ist. Da kannst du als Trainer sonst was suchen. Als Kind, wenn du irgendwo den Ball siehst, gehst du dahin, wo der Ball ist und bleibst nicht hinten, wo nichts los ist. Ja, weil es halt immer noch ein Spiel ist. Aber jetzt, ich sag's von denen gehört, das ist hier so ein taktisches Spiel. Aber was willst du bei Golf machen? Da musst du halt warten, bis du wieder dran bist. Und da passiert ja auch nix. Also es ist ja nicht mal, dass irgendwas Spannendes vor dir passiert. Dann sind halt Malte und Sören und Wilhelm und Sören 2 und Sören Junior. Ich kannte mal einen Sören Sören. Bin einer an seinem Vater. Das höre ich zu Recht. Guter Name. Ja. Sein Vater war CDU-Politiker. Ja, ich habe auch mich gefragt, in der Pause werden sich die Kinder wahrscheinlich auch mit den Golfschlägern bekämpfen. Also ich hätte gesagt, die Golfbälle in die Nase stecken. Das, ich habe mir früher mal Litschis in die Nase gesteckt. Der Timo ist ganz peinliche Fotos gemacht. Das fand ich nicht gut. Wie alt warst du da? 18. Geschälte oder ungeschälte? Achso. Ne, nur den Kern. Ah. Dann kannst du den schießen. Lieber Scholli, Alter. Und Kind, Kind, besser. Ja. Okay. Also Kindertrim, Trizen ist halt generell nicht nur beim Profigolf, sondern generell eine schwierige Scheiße. Ja. Das sollte man vielleicht tatsächlich einfach dem Trainer überlassen. Und ich meine, Trainer sind ja auch nicht so was, dass du die Kinder zur Sau machen. Vor allem beim Golf geht es ja nicht. Könntest du die Kinder vielleicht kriegen, so wie ein Hund, so mit Goodies. Dass du sagst von wegen, jetzt Stunde golfen, danach Stunde Eis essen. Nicht hinfahren sozusagen. Beim Golfen schon Eis essen, um Zeit zu sparen. Ich weiß nicht, ob dieser Zuckerschub so viel Konzentration anbringt. Das ist auch nur so ein Wissenschaftsmythos, dass Zucker ... Stimmt, das habe ich auch irgendwie letztes Jahr vor. Also wirklich neulich, vor ein paar Jahren ist es aufgeklärt worden, dass Zucker löst Hyperaktivität nicht aus. Was macht dann nur den Kreislauf kaputt. Ja, Koffein schon. Also dann doch Cola. Ich würde ganz einfach den Kindern doch keinen Kaffee geben. Malte, wir nehmen dir einen Caddy. Ja, Malte rennt vor. Und entledigt sich aller Kleider. Ich glaube, du meinst noch den ... Hast du das? Golfkart. Weißt du nicht, Caddy? Nee, Caddy ist der Typ, der die Schläger tragen muss. Achso, ich dachte, Caddy heißt auch das Fahrzeug. Ich glaube nicht. Und wie heißt diese Tasche? Heißt die auch Caddy? Golftasche. Und wer ist diese Pimmel? Diese ... Tee. Das Tee, da wo der Ball drauf liegt beim Abschlag. Nein, 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 nein. Nee, das meine ich nicht. Sondern diese Socke, die die über die Schläger pimmeln. Ah, Protektorensocke. Na, verstehe. Ach, okay. Geben wir jetzt mal eine Spur weiter. Wir haben dieses alte Kind irgendwie durchgetrommelt und das Ding ist jetzt 13 und ist immer noch Golf. Was muss ich da beachten? Grundsätzlich erst mal die Mädchen verbieten. Stimmt, jetzt geht die Pubertät los. Aber ich glaube, wenn der Junge golft, wird das kein Problem. Was mit den Mädchen? Machen wir uns nicht gleicherlich. Was denn? Wie viele Frauen wollen denn Profigolfer werden? Wie viele Jungs wollen denn Profigolfer werden? Das will doch kein Kind. Ja gut, ja, meine Güte, es ist trotzdem der gleiche Effekt. Nichts ist so unsexy wie ein Golfer. Ist das so? Hast du mich schon mal golfen gesehen? Ja, leider. Und wenn ich mir anschaue, wie ich am besten abschlage, dann ist das ziemlich sexy, die Position. Ich muss mal eine Webcam hier hinten installieren, dann kannst du mal dein Livebild sehen. Du sagst doch immer einen und denselben Satz, wenn ich das mache. Völlig zurecht. Von El Buny, oder woher kommt der? Aus Little Britain. Naja, ich meine, ich glaube, das wird dann später wieder sexy, wenn das andere Geschlecht dann verstanden hat. Okay, das ist so ein Sugar Daddy oder so eine Sugar Mami, die da Golf spielt. Aber als Teenager, glaube ich, da reißt du mit, ich golfe, keine Bäume aus. Aber ich glaube, es ist, also wenn du dann auch schon in dein Klientel so verpimmelt bist, ist es, glaube ich, geil, weil du dann das erste Mal, auf was Kinder oder Jugendliche halt auch wichtig finden, auf Geld triffst. Also wenn du halt dann echt Eltern hast, die dir nicht alles in den Arsch reindrücken und du dann plötzlich sagst, in dem Bereich bestimmt, oh scheiße, das neue, was ist das iPhone 11 oder was kommt jetzt raus oder ist das da? Ich habe keine Ahnung. Von dem, das brauche ich. Und der Vater sagt, ja, scheiße ist, kannst du dir schön, in drei Jahren können wir dir den Akku dafür kaufen. So und dann denkt er, nee, und dann trainiert er und gewinnt halt den Penishausener Sparkassen Cup oder so und kriegt halt 3000 Euro. Ja. Denn was kostet das? Wahrscheinlich 1,8 oder so. Ich glaube, in der Top-Version löst du da gar nicht so falsch mit. Echt, Alter, das ist doch immer noch ein Smartphone. Du, du musst dich mal umbefüllen. Eine Karre oder ein Smartphone, das ist doch nicht wahr. die ganzen Premium-Smartphones kosten alle locker über 1000 Euro und sind alle so bei 1,2, 1,4 inzwischen. Ich habe gestern meine Red Wings zum Schuster gebracht, im Red Wing-Store und da habe ich gesehen, wie viel der Schuh, den ich mir, glaube ich, für 10 Jahre circa gekauft habe, mittlerweile kostet. Kostet mittlerweile 350 Euro, wenn man sich den neu holt. Ja, die ganzen Preise für so Sachen sind halt so extrem in die Höhe gegangen in den letzten Jahren. Das ist lächerlich. Hätte ich mir damals den gekauft und liegen lassen, hätte ich 50 Euro. Nice. Ja, ich meine, das ist ja mit der Pasta nicht anders. Was für die Lidl-Pasta, die sich preisverdoppelt hat in den letzten 10 Jahren. Hätten wir damals mal ein paar Pakete uns hingelegt. Ja. Hätten wir gesagt, hier Penne, bla, bla, bla. Vor allem, wir essen ja so ein Paket pro Tag. Ja, ich bin immer so faul in letzter Zeit, Nudeln zu machen. Ja, das war ein Riesenaufwand. Aber echt, manchmal bin ich so faul, sogar die Nudeln zu kochen und eine Pfanne zu machen. Als ich das letzte Mal mit dir gesehen habe, da hast du irgendwie, was hast du gemacht, mit Brokkoli und vegetarischem Schaschlik oder was das da war? Irgendwie so ein vegetarisches Hühnchen oder so ein Zeug. Ja. Und da dachte ich, ach geil, das muss ich auch mal wieder machen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das gar nicht zu Hause habe, weil ich voll lange nicht mehr Bock hatte, irgendwie was zu kochen. Also so was zu kochen. Ja, ich bin auch. Deswegen esse ich halt oft einfach die Pasta mit Olivenöl und Feta-Käse. Weißt du, was ich mir jetzt geholt habe? Ich hatte doch in Schottland dieses Next-Runner-Meal, Power-Meal-Pulver-Dings. Nee, Pulver. Und die fand ich ja ganz gut. Und jetzt habe ich mir so einen Packen geholt und habe letztens wirklich nicht gefrühstückt, sondern nur einen Shake getrunken. Ja. Jetzt wird nur noch, ja, nee, sicher. Endlich bist du in meiner Welt angekommen, wo Essen eine Störung des Alltags ist. Weißt du, Enigma oder Huli oder sowas, diese andere Pulverernährung, die wirbt wirklich damit vom Leben. Ach, ja. Der Mensch hat sich entwickelt. Das Essen auch. Next-Level-Essen. Trink es. Du denkst, ja, aber es gibt ja dann schon die Geschichten von irgendwelchen Freaks, die halt nur noch sich die Shakes reindrücken und sich dann halt die Kau-Muskulatur ein bisschen zurückkühlen. Deswegen eine Badewanne mit dem Shake einlassen und die Nährstoffe durch Methose aufnehmen. Nee, Quatsch, Osmose. Ja. Ja, 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 ja. Okay, gut, wir nehmen uns langsam am Ende. Wir sind ja auch gar nicht, ja. Ja, wir müssen hier mal ein bisschen die Golferkarriere beschleunigen. So wird es auch nichts mit dieser Tendelei. Okay, dann ist er jetzt 28 und jetzt da. Nee, er ist jetzt 20, sogar tritt es bei den ersten A-Jugendturnierern. Das heißt, er wohnt jetzt im Poolhaus. Ja. Och, ist der coole Typ. Der fährt bestimmt halt auch irgendwie so. Nee, er wohnt im Poolhaus, nicht im Coolhaus. Och, scheiße. So lange nicht gesehen und doch kriegst du mich mit so zwei Sätzen immer, dass ich richtig denke, ist er doch Autohändler geworden. Dann hättest du jetzt Grillwettessen im rostigen Löffel. Ich habe auch, Dortmund habe ich einen Witz vorgeschlagen, will sie nicht in ihre Präsentation einbauen in Erfurt. Den musst du ihr öfter vorschlagen. Ja. Das ist der Trick. Das war ein richtig guter Knaller. Es gibt ja so eine Diskussion über Diversity auf dieser Convention, wo von 44 Gästen 40 Männer sind und sie weigert sich zu sagen, ja, es heißt ja auch Erfurt und nicht Sie-Furt. Dortmund überlegt dir das. Ja. Oder verschieße den nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn einfach erklären muss. Erfurt. Naja. Der Knabinger wohnt im Poolhaus. Ja. Was macht der denn da? Naja, übt halt immer noch Golfen. So, jetzt ist die Frage. Ist das jetzt? Der macht keine Party. Der hat sich nicht ausgetestet. Ich meine, gibt es. Gibt es in allen sozialen Schichten. Ich glaube, aber das kannst du dir in dem Alter auch noch erlauben. als Profi-Golfer. Beziehungsweise Profi-Golfer. Jedenfalls laut Gala und Co. Machen die ja neben Golfen nur Party. Ich meine, irgendwann hast du auch mitgekriegt, diese ganzen Tiger-Woods-Stories mit tausend Frauen und weiß ich. über den South Park. Aber ja. Ja, ich meine, ich glaube, das Gute ist, als Profi-Golfer brauchst du halt nicht so eine athletische Physis, dass du gar nicht mehr auf Achse gehen kannst. Ja. Aber wir haben doch auch, wo war das jetzt? Was ist das? Kickbox-Weltmeisterschaft oder sowas? Der Letzte, der Letzte, der gewonnen hat, dieser Mexikaner, der total aussieht, so ein bisschen schwabbi sonst was und Mörderkonditionen, krasse Technik, ist halt aber einfach nicht so ein entwässerter Hardcore-Dings, aber ist halt eine Kampfmaschine. Und ich glaube, beim Golfen, da kannst du dir halt echt noch erlauben, wenn du halt einigermaßen in Form bist, reicht es, wenn du die Technik hast. Wenn der Arm nicht über den Bauch wegschwingen muss, sondern am Bauch vorbeischwingen kann. Ja, deswegen, ich glaube, so ein bisschen Party geht noch, brauchst du wahrscheinlich auch als mentaler Ausgleich für den harten Alltag des Golfsports. Und ansonsten musst du halt einfach dann wirklich fünf Tage die Woche auf dem Golfkurs rumgammeln. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, egal wie reich und döslich du bist, du bist halt oft immer alleine draußen auf dem Grün, im besten Fall. Ja. Oder du hast halt irgendwie so einen ekligen Wichser an der Seite. Aber ich glaube, das ist immer so was. Schön, die Airpods in den Ohren. Aber das ist vielleicht immer noch was, wo das sich vielleicht ein Stückchen runterholt. Weißt du, wenn du halt einfach auf so einer weiten Fläche alleine bist, das glaube ich, muss schon geil sein, wenn es so eine Regelmäßigkeit hat. Wollen wir es hoffen. Wir haben ja auch mal überlegt, also jetzt nicht total abzuschnöseln, aber einmal nur, ach scheiße, ich glaube, mit dem einen Aufenthalt hat sich das auch schon verabschiedet. Ich fand es halt, ja, es ist halt nicht so. Also am schlimmsten fand ich, als wir da reinkamen, dass wirklich alle sehen halt aus wie im Klischee. Und gucken uns an mit, ich hoffe, die arbeiten hier nur und spielen nicht. Oder wieso kommen die Arbeiter plötzlich ins Haupthaus? Ja, also das ist halt echt ein bisschen komisch, weil ich meine, so ist es halt so mäßig unterhaltsam, aber ich finde jetzt auch nichts, wo ich denke, das würde ich häufiger machen. Ich glaube, das Problem ist einfach ein bisschen daran, bevor es dir wirklich Spaß macht, musst du es relativ gut können. Ja. Und ich hätte nicht die Muße, was zu üben und zu üben und zu üben, was eigentlich nicht so unterhaltsam ist. Ich war ja mal in St. Andrews in Schottland, wo der Golf erfunden wurde, auf dem Old Course, den ältesten Golfkurs der Welt und der ist halt einfach total traurig. Das ist halt einfach irgendwie so ein bisschen, bisschen am Meer, echt eine flache Ebene und da könntest du dann, also da musst du dich dann, erst musst du natürlich in tausend verschiedenen Clubs drin sein und dann musst du Jahre darauf warten und die ganzen Freizeitgolfer, für die ist das halt echt wie so eine Ernennung zum König, wenn die da einmal Abschläge machen dürfen und du denkst, echt, ja, okay, krass, das ist wie so ein großer, weiß ich nicht, C-Liga-Fußballplatz, wo die halt ihre Abschläge machen und das ist dann mal ein bisschen Sand so. Aber das kannst du auf Instagram posten. Ich glaube echt, dass die sehen und gesehen werden, wenn du da bist und denkst, alter, ich hab's geschafft, ich bin auf sowas und dann, naja. Und das Krasse ist aber, was sie auch gesagt haben, die ganzen Old Courses, das fand ich ganz interessant, die sind traditionell, dann schaut dann halt alle noch dicht am Meer und da musst du halt voll mit dem Wind umgehen können. Da kannst du nicht und dann hast du dann plötzlich von dort halt Wind von, weiß ich nicht, Ostern oder sowas. Der auch schnell umschlägt. Ja, und da musst du halt ganz genau wissen, wie diese Pille sich dann da, vor allem Pille, sich verhält. Gib mich die Kirsche. Wenn du dann das Ding einfach mal da in den Wind zimmerst oder du musst es halt, da hab ich gedacht, das ist natürlich, also das finde ich eh so geil, dass du weißt, dass ein richtig guter Golfer nicht einfach sagt, ich kann hart abschlagen und das Ding geht jetzt irgendwie 500 Meter weit nach vorne, sondern sagt, Alter, scheiße, so ist der Wind, ich muss auf jeden Fall so einen Bogen und das ist ja niemals ein Gras. Das finde ich wahnsinnig. Also egal, was für ein Schnüsselei dahinter, aber das finde ich immer noch geil, dass dieses kleine Ding wirklich so, ja, und dann halt auch Technologie, die Schläger, die richtig guten Schläger, die wir da hatten, das waren ja echt so Billo-Dinger im Vergleich zu den Arschteuern und trotzdem hatte ich schon gedacht, krass, weil ich sonst immer nur Minigolf-Schläger kenne, wie leicht das Ding ist oder so zum Beispiel. Ja. Ja, gut. Ich glaube, von da aus geht es jetzt für unseren fiktiven Profi auch nur noch darum, Turnier und Turnier und Turnier zu spielen. Zu halten. Ja. Sich nicht mit irgendwelchen Spinnern einlassen. Ja. Weiter. Und halt neben dem BWL-Studium einfach weiter zu spielen. Ja, macht man dann noch nebenbei was? Ja, ich glaube, so viel verdienst du als Profi nicht beim Golf. Echt nicht? Ich glaube, also. Echt, ich hätte jetzt gedacht, das wäre alles. Also das ist halt. Ich glaube, also da ist wahrscheinlich das auch so, dass die Spitze so dünn ist, dass du da vielleicht kommst auf ein normales Monatsgehalt, aber du kannst definitiv nicht nur davon leben, wenn du jetzt nur Profi, also ich meine, Profi heißt ja, dass du es bezahlt bekommst, aber auch so ein, also ein Drittliga-Fußballer hat halt so ein normales Einkommen von dem Verein. Das ist ja normal. Ich weiß ja heute nicht. Das ist so 2000, 3000 für einen Drittliga-Verein. Und wenn du halt da und ich bei einem großen Verein bist, also du bist halt jetzt nicht in der Jugend von Bremen oder Schalke, sondern du bist bei Sandhausen oder so, dann kannst du auch schnell vorbei sein. Und ich glaube, als Golf-Profi in Anführungszeichen hast du halt das Gleiche. Und dann verletzt du dich und dann bist du halt drei Jahre raus. Und dann war es das. Also ich glaube schon, dass du da definitiv nebenbei was machen musst. Ja. Ja. Na gut. Gut, aber das können wir bei der nächsten Feuer und Flamme Open besprechen. Ja, ja. Wird er da gegolft? Ja, da wird endlich wieder, sind dann alle am Start? Endlich wird er wieder gegolft, ja. Ist hier schon ein Termin? Gibt es denn schon einen Termin? Ja, haben wir glaube ich in der Gruppe. Ich werde aber ganz kurz auf meinen Tipp. Haben es alle bestätig? Auch Pitta? Da bin ich mir nicht sicher. Ich würde jetzt mal ad hoc sagen, nein. Aus reinem Instinkt. Aber jetzt sollte ich das mal pinnen, einfach die jetzt diese ewige Diskussion über Ja, das können wir jetzt auch gleich machen. Das müsst ihr ja nicht mehr ertragen. Freitag, der 15. Okay. Fynnisse at gmail.com falls ihr uns eben so spannende Fragen stellen wollen. Ja, Fynnisse auf allen Podcast-Apps außer Instagram. Nee, außer Spotify. Fynnisse mit Dirk und Klaus auf Spotify. Oder Fynnisse. Spotify, die wollen uns immer noch nicht. Ja, die kriegen einfach die Mail nicht von denen. Hast du das über unser Fynnisse at gmail.com oder hast du das über die Website, die wir haben, über die wir hosten. Mega interessant für Zuhörer. Ja, also weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht. Ja, also eigentlich müssen, sind wir da angemeldet mit einer E-Mail-Adresse, weil es ist meine WordPress-E-Mail-Adresse. Ja, ich habe nicht gesagt, das wissen wir glaube ich jetzt nicht. Das ist hier hinter den Kulissen zum Abspannen gibt es hier nochmal was ganz Heißes. Timo, weißt du, Scheiße. Gott, jetzt das würde ich Stundenmarker verlieren den Verstand. Das stimmt. Gut, in diesem Sinne, das war das Mailzeichen. Kommt gut in die Woche in das Jahr. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.